und da sind wir wieder und ja wir haben eben die powerbomb erhalten und gehen dann auch direkt weiter für euch ist bestimmt einige zeit vergangen für mich zwei sekunden und auf die vier kameras habe ich gerade kein lust tut mir leid heute bin ich nicht so ein abschießschwimmer mein gott echt vier kameras sind echt heftig also die machen einen schnell kaputt abgeschaltet so weiter ja weltraumpiraten noch meldraumpiraten und metroid ja ich würde sagen frühstückszeit ja ich hätte auch angst und das gucken wir uns natürlich ja 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 lass es dir schmecken warum denn mich ich dachte ihr habt mich lieb dann muss ich wieder das machen ich mache es ungern aber die sehen doch krass aus oder einfach ja den x-ray visor haben wir auch schon da wir die powerbomben früher hatten und der x-ray visor den braucht man auch tatsächlich wenn man hier weiter lang gehen will aber nicht aus dem grund damit man die plattform sieht sondern die braucht man zwingend für den nächsten endgegner weil man ihn sonst keinen schaden machen kann auch wenn man ihn trifft auch freunde so hey wer hat mich jetzt runter geschubst nicht schubsen hey das tut doch wie so jetzt müssen wir erst mal wieder powerbomben verschwenden dann nicht kommen wir mit 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 bist du da gibst du mir ein und wieder eine müsse und ich hoffe die räume hier sind jetzt nicht allzu dunkel auf youtube wieder weil es irgendwie immer dunkler wird stange nicht getroffen dafür die plattform die ich nicht sehen konnte ich habe ja doch mal glück ich dachte ich habe nie glück hier sind wieder unsere wühlschaden so heißen ich habe es irgendwann mal nachgeguckt ach lass mich in ruhe ja hier bräuchten wir den plasmo bieten den haben wir auch zum glück und wir gehen immer tiefer das ist übrigens der einschlags charakter da kommen wir ganz spät noch hin ja der plasmo bieten mich sehr stark und das ist fahrzeug wenn wir das berühren tut uns das tolle aua machen aber ich wollte die müssen haben aua ich habe nur noch drei energie tanz und hier sind wieder verschiedene mit rieps nachkommen lass mich los das hier ist nämlich ein jäger mit riep und die finde ich fies weil die haben so eine art kribbel und saugen uns an na na wo jetzt jetzt muss ich mir lang wow ah die töten mich nein ja ist ja gut befummelt mich nicht alle so warum macht ihr auf einmal so viel schaden ich habe jetzt echt einen moment lang angst ich möchte irgendwie mich heilen ich will mich heilen so hier ist ja wieder der segelleiter an dem wir mit dem gravel beam uns eigentlich festhalten können dafür ist er nicht gedacht aber wir haben kein gravel beam also müssen wir mit dem unlock jump hier drüber um den gravel beam auszulassen das geht halt hier brauchen wir wieder eine power bombe wenn man hier keine hat kann man wieder den ganzen weg zurücklaufen dass man irgendwo meine findet und hier rechts ist nachher noch ein artefakt versteckt aber da ist fahrzeug und das bringt einen um also ich schaff's meistens hin aber nicht mehr lebend zurück vor allem nicht mit so wenig energietanks ja hier ist es gerade sehr dunkel ich laufe jetzt einfach mit dem hier rum damit ihr genau das gleiche seht wie ich nämlich drei farben aber dafür wenigstens helle farben und keine dunkle farben und hier liegt ganz viel fahrzeug auf dem boden aber das könnte uns umbringen weil viel leben haben wir nicht mehr weil viel leben haben wir nicht mehr so da hat man schon gesehen da hinten war eine power bombe versteckt ich warte jetzt mal hier noch bis ein paar matrix kommen ja weil die power bombe töten die ganz schnell warum lasst ihr eigentlich kein leben fallen ihr geier boah ich bin schon fast tot hier kann man mit dem ghetto jump auch einfach hoch springen dann muss man nicht wieder den ganzen weg zurücklaufen und ich möchte schon irgendwie gerne leben haben wenn das geht jetzt muss ich mal gucken was das für eine tür war ich glaube plasma hm so jetzt mal mit dem x-ray visor weil hier sind wieder diese bomber aber unsichtbare und ja der hat schon mal leben fallen gelassen das gefällt mir jetzt haben wir wenigstens wieder etwas ja das reicht doch hoffe ich gleich kommt wieder ein speicherplatz weil hier kommen jetzt erstmal wieder neue piraten der plasma eigentlich auch schnell umzubringen aber der macht verdammt viel schaden deswegen muss ich immer ein bisschen rumhüpfen ein bisschen vorsichtiger sein komm geh weg so bitte lass leben fallen ich brauch das echt ich brauch das boah schießen die einfach schon ja da hinten sind auch wieder welche die ich lieber von der entfernung hier töte ganz feige so wie ich bin wie hi oh bobo so den haben wir auch erledigt so so und hier rauf mit dem spider bone und hier auch mit dem spider bone und hier rüber und hier bräuchten wir jetzt auch wieder den rebel beam naja ich wollte die spider ball schiene scannen darf ich nicht ah doch da unten mal wir springen da wieder mit dem und rüber so jetzt hoffe ich dass ich nicht verkacke weil wir springen da wieder mit dem der hat doch super geklappt und dahinter steht schon wieder einer und da oben steht noch einer und da stehen ganz viele geh lass mich in Ruhe geh kaputt verbrenne ja da will ich rein da will ich einfach nur rein da will ich rein lass mich alle in Ruhe ja wow ich hab schon einen gehört schnell weg herrlich ich kann wieder durchatmen ja und wir stehen grad in dem raum so super deswegen mach ich wieder einen schnitt bei 50 prozent scans äh items und 78 prozent scans dann bis gleich oder morgen oder wann auch immer ciao und und dann bis gleich